Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit dem Video von Engin Akurek und Tugba Büyüküstün. Die Familie von Engin Akurek hat ein wunderbares Überraschungsgeschenk für Tugba Büyüküstün vorbereitet. Dieses Geschenk hypnotisierte Tugba Büyüküstün buchstäblich. Engin Akurek, einer der Namen, die mit der Geste seines Vaters den Puls der Zeitschriftenagenda halten. Diesmal hat er etwas getan, worüber man reden kann. Engin Akurek, der gutaussehende Schauspieler, der Tugba Büyüküstün mit seinen geheimnisvollen Bewegungen und einer großartigen Gabe faszinierte. Diesmal faszinierte Engin Akurek Tugba Büyüküstün erneut mit der Gabe seines Vaters. Über dieses wunderbare Geschenk und die Überraschung der erfolgreichen Namen Akurek und Tugba Büyüküstün wurde in den sozialen Medien viel gesprochen. Auch Engin Akurek, der die Website besuchte, um Tugba Büyüküstün zu sehen, schaffte es, mit seinen ehrlichen Bildern am Set Aufmerksamkeit zu erregen. Tolle Beiträge und besondere Bilder unserer erfolgreichen Schauspieler aus aufrichtigen Gesprächen mit Tugba Büyüküstün werden auf unserem speziellen Kanal für Sie, unsere geschätzten Follower und Fans, verfügbar sein. Engin Akurek kaufte eine historische Villa für seinen Vater Tugba Büyüküstün. Der Preis für dieses Haus war atemberaubend. Hat Tugba Büyüküstün dieses Geschenk angenommen? Ich werde Ihnen weiterhin die neuen Entwicklungen zum Thema vorstellen. Auf Wiedersehen! Wir sehen uns in neuen Videos. Wir sehen uns in neuen Videos.